Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, erstmal vielen, 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 vielen Dank für 800 Abonnenten. Ich bin mega, mega happy. Wir gingen jetzt, hör jetzt echt, das hat jetzt lange gedauert, aber bin mega, mega, mega glücklich. Vielen Dank an euch alle, dass ihr das möglich macht, das ist so Hammer. Ich freue mich immer riesig, wenn ich dann sehe, oh guck mal, da hat man wieder jemanden Like da gelassen oder abonniert oder sowas. Also mega geil, vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid einfach nur geil. So, dann schauen wir mal hier in die Geheimdiskatulle von der Mama rein. Da machen wir es eigentlich gar nicht, da haben wir den Mythic Stand am Start. Und gehen wir mal hier direkt in den Shop rein, das ist natürlich eine Farmable, aber momentan ziemlich stark. Die VIP Tirebox wieder unten verlinkt in der Beschreibung. VIP Cruise, Daughtery Chateau, Linda Belcher, 300 Dollar Haircut, Sack Zendmünzen, Steve Smith. Sack Zendmünzen, nicht so toll, 300 Dollar Haircut, mega geil, muss ich echt sagen. Country Club, Steve, plus diese ganzen Kombos hier. Ja, hier ist schon nice, ja. Kann ich nur empfehlen, die VIP Tirebox, echt gut. Also müsst ihr mal reinschauen, unten, Schreibung ist verlinkt dazu. Dann haben wir hier den Mythic Roger mit Egnob Roger, Daughtery Chateau, Sack Zendmünzen, Philipp J. Frey, den Mushu und Master Robert und Carter Peter Schmidt, diese ganzen Karten hier hinten. Also es ist schade, dass man den Roger da eigentlich nicht rausziehen wird, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. So, dann sind wir auch schon bei den heutigen Kombos angelangt. Das ist der Thinker Ape, der Denkgarafe, den haben wir schon ein paar Mal drin gehabt. Früher war das Ding einfach nur mega OP, heute ist es, naja, kann man mal spielen, aber muss man auch nicht. So, gut, eventuell jetzt wegen der Amy, interessant, aber dann auch nur, wenn man die Basso hat am Start. Geh mal hier rechts rüber, mit einer Basso und der Amy haben wir 19-fach Punch, 11-fach motivierende, 16 in der Mauer, 15 Angriff. Das ist, es ist okay, aber es ist nicht OP. Also es ist, ja, es ist okay. Es ist nicht mega stark, es ist aber auch nicht total schlecht. So, 500 Gems, würde ich jetzt nicht ausgeben dafür. Viel krasser ist der hier, der Garagenrock Chris. Der ist wirklich, eigentlich jetzt natürlich nicht in dieser grauen Version da. Die meine ich natürlich nicht. Wir gehen jetzt runter zum Chris Griffin und da werden wir gleich sehen, hier mit der Furz Schule für Hochbegabte, da haben wir 17-fach Punch, 17 Angriff, 11er Bombe, 19 Gas. Das heißt, wir haben schon nochmal 34 Angriffe im First Hit und direkt danach wird dann noch die Gasattacke aktiv. Dann haben wir nochmal 19 Schaden, das heißt, wir haben 34, 43, 53 Schaden. Das macht auch eine Mythic Louise erstmal kaputt, wenn sie nicht gerade noch mit einer anderen Karte kombiniert wird. Und dann haben wir noch die Bombe nach rechts und links, das heißt, da werden auch nochmal 22 Schaden gemacht. Das ist schon ziemlich effektiv. Hier 14, 18, selbst mit Lois Klavier. Hier 17, 16 mit Red Shirt, Blue Shirt. Also, Garagenrock Chris auf jeden Fall geil, wer den Chris Griffin hat und zu viele Gems momentan am Start. Überlegt euch, ob ihr in die Combo reinpegt, die ist auf jeden Fall mega geil. Hi Heat Bill ist die nächste Combo, das ist diese hier mit einem Bill Daughtry. Dann haben wir eine Blurance Ball und dann sind wir da hier mit einer Mauer und mit einer Bombe am Start. Also, bei Bill gibt es eigentlich mega geile Kombos, dazu zählt die jetzt nicht. Die ist okay, aber die ist jetzt nicht total krass. Puppet Admirer ist diese hier. Und das ist ein Eugene Belcher. Wollen wir das auch mal wieder gemaxed hier. Eugene Belcher und dann haben wir da unten ein Wireless Audiotransmitter. Boah, ist okay. Nee, auch das nicht so wirklich. Also, wir haben Heilen, wir haben Schild. Das ist, ja, ist jetzt nicht so der Oberbommer. Zumal es ja auch noch eingeschränkt ist. Also, was kann man jetzt sagen? Heute die VIP Tirebox nach wie vor meine Empfehlung. Dann haben wir hier den als stärkste Combo, den Garagenrock Chris drin. Aber nur für die Leute, die eben genügend Gems am Start haben. Ja, wenn es euch qualtern, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Und ja, hi Maxi Max. Freue ich mich, dass du auch wieder da bist. Finde ich mega cool. Ja, und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animations Rota, mit mir mein Daishaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.